Prinz Harry war nervös und zeigte Angst bei der Veranstaltung, wie ein Experte wichtige Anzeichen identifizierte. Prinz Harry führte Angstrituale durch, bevor er seine Rede bei der Veranstaltung hielt, so ein Experte für Körpersprache. Laut einem Experten für Körpersprache wirkte Prinz Harry nervös und zeigte Anzeichen von Angst, während er sich darauf vorbereitete, bei einer Veranstaltung zu Ehren seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, zu sprechen. Der Herzog von Sussex erschien am Montag bei den Diana Awards in New York auf der Bühne, einer Wohltätigkeitsorganisation, die junge Menschen auszeichnet, die positive soziale Veränderungen bewirken. Der Preis wurde 1999 von der Regierung zum Gedenken an Diana, Prinzessin von Wales, ins Leben gerufen. Der Prinz erschien neben zwei Preisträgern auf der Bühne, um eine Rede über psychische Gesundheit und Klima zu halten. Obwohl Harry im Laufe seines Lebens als Mitglied der königlichen Familie viele Reden gehörten hatte, wirkte er nervös, als er an seinem Bläser zupfte, mit den Fingerknöcheln knackte und an seiner Krawatte zog, so ein Experte für Körpersprache. Judy James sagte, diese Gesten seien sicherer Zeichen von Nervosität und Angst, aber er sei sich dieser Signale vielleicht bewusst gewesen. Als Reaktion auf ein Video von ihm bei der Veranstaltung sagte sie, unglaublich, Harry hat hier innerhalb von 28 Sekunden nicht weniger als 19 Gesten oder Rituale der Angst oder Nervosität vollführt. Er ist als nervöser Redner bekannt, aber er hat selten, wenn überhaupt, so viele konzentrierte Signale gezeigt, und die Tatsache, dass er sie auf der Bühne und nicht privat abseits der Bühne macht, lässt die Körpersprache nur noch merkwürdiger erscheinen. Fast so, als ob er glücklich oder zufrieden damit wäre, eine Botschaft innerer Angst zu vermitteln. Punkt über die Angstrituale des Herzogs erklärte Judy, Selbstberührungs- und Kontrollrituale wie diese deuten auf Nervosität und den Wunsch hin, kleine Barrieren zu schaffen, sowie auf ein gewisses Maß an Selbstbehagen. Punkt über die Angst zu vermitteln. Harry steckt sein Jackett in die Hosen, während er sitzt, bevor er seine Krawatte zurechtdrückt, was beides übliche Vorgehensweisen wären. Aber dann zieht er noch mindestens viermal an seiner Krawatte und zerrt noch dreimal an seinem Jackett. Er hüpft auch auf seinem Stuhl, reibt seine Knie mit beiden Händen, windet sich auf seinem Sitz, vollführt zwei Beinbewegungen und beendet das Ganze, indem er seine Finger verschränkt, um seine Knöchel knacken zu lassen, seine Daumen aneinander reibt und sie dann auf seinen Mund reibt. Punkt aber es könnte eine Art gewesen sein, sich auf eine Aufführung vorzubereiten, oder das Thema löste starke Emotionen in ihm aus. Punkt 18 part 25 Top 25 Dein mystisch Nummer 30 Pet Pet Pet